Wie wir im Team miteinander reden, das ist eine Katastrophe. Es ist schlimm, wie wir miteinander umgehen. Und jetzt Achtung, das sage ich nicht, das habe ich jetzt mehrfach gehört. Achtung, wir kommen aus folgenden Bereichen. Wir kommen aus dem Bereich Pflege, wir kommen aus dem Bereich Soziales, wir kommen aus dem Bereich Verwaltung und ich kann dir noch zwei, drei andere Sachen aufzählen, aber die drei sollen reichen. Überleg mal bitte, wie wir im Team miteinander umgehen, das ist eine Katastrophe. Da muss ich natürlich, denkt dran, komm auf den Punkt. Ich muss natürlich fragen, wie meinst du das genau? Wie wir miteinander kommunizieren, ist eine Katastrophe. Wow, das bedeutet, wie ihr miteinander redet, ist eine Katastrophe. Ich muss das nochmal fragen. Bitte ein Beispiel. Okay, ich kriegst ein Beispiel. Stell dir vor, unser Chef kommt rein. Dann ist es so, ich habe hier folgende Aufgaben für euch und ihr müsstet mal daran denken. Dann muss der noch das machen und dann wünsche ich euch einen wunderbaren Tag. Habt eine gute Zeit. Mach's gut. Ich sage, wie bitte? Hat die Person euch nicht angestellt? Ne, unser Chef, unsere Chefin, bitte immer beides, schaut uns nicht an. Ich sage, wie, die schaut euch nicht an? Ja, die guckt immer auf ihr Papier, die Person. Ich bleibe in beiden Geschlechtern, weil es wirklich beide Geschlechter sind. Die schaut immer aufs Papier? Ja, schaut immer aufs Papier. Hier, überlegen wir mal, wenn du die fünf Stufen der wertschätzenden Kommunikation hast, ich werde es dir verlinken, wenn du die hast, dann überleg doch mal bitte, dann, da ist doch Aufmerksamkeit und Respekt sind die ersten Stufen und nicht mehr die werden eingehalten. Ja, das ist doch Wahnsinn. Das ist doch ein absoluter Wahnsinn, was da passiert. Das bedeutet doch, dass diese Person, das geht gegen null, dass die dir Aufmerksamkeit hat. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist doch so, ich muss doch meinen Gesprächspartner anschauen, um den Respekt reinzuholen, um Feedback zu erkennen. Nichts. Guckt auf Papier. Sag ich, okay, gib mir mal bitte noch mehr Beispiele. Wo sagst du ja die Kommunikation schlecht? Na ja, und dann sitzen die wieder am PC und sagen, ja, habe ich gehört. Mhm, okay. Bedeutet auch hier kein Blickkontakt? Nö. Sag ich, und wie sitzen die? Ja, teilweise sitzen die auch Rücken an Rücken und reden miteinander, ohne sich umzudrehen. Ja, dann sag ich, gibst du mal bitte. Jo, hier, danke. Und könnten die sich umdrehen? Na klar, die haben doch normale Bürostühle. Sag mal, das ist doch nicht normal. Wohin geht unsere Kommunikation denn? Wohin geht denn unsere, ja, unsere Redekunst? Wir müssen doch uns gegenseitig anschauen. Ich kenne das auch. Manchmal rufst du von Büro zu Büro. Du hast du das schon erledigt? Jo. Alles klar. Das geht mal schnell. Aber wenn ich etwas klären will, muss ich doch hier Blickkontakt haben. Ich kann doch nicht sagen, ja, ungefähr und hier. Nein, ich muss doch Blickkontakt haben, muss doch zusehen, dass wir miteinander sprechen. So, und das ist etwas, hier sage ich, wenn sowas an Kommunikation in deinem Team ist, hast du Möglichkeiten, das zu ändern. Das Erste ist, sprich die Person direkt an, sag du, ich bitte dich, wenn wir miteinander reden, lass uns bitte einander anschauen. Ich möchte einfach, dass wir uns in die Augen schauen, wenn wir miteinander reden, was gehört für mich, für meine gute Beziehung, für meine gute Erziehung dazu. Okay, hast du die erste Sache. Wenn du merkst, da passiert nichts, dann rede mit der nächsthöheren Instanz, sag du, oder sieh, meine Führungskraft ist folgende, da kommt immer das und das vor. Das ist einfach unheimlich schwer und am Ende leidet das Betriebsklima und dadurch der betriebliche Erfolg. Und die Führungskraft drüber, möglicherweise ist es schon der Geschäftsführer, der Vorstand, der ist doch interessiert daran, dass das Betriebsklima gut ist und vor allem, dass das Ergebnis gut ist. Und das Ergebnis hängt direkt mit dem Betriebsklima zusammen. Je besser das Betriebsklima ist, desto höher sind die Ergebnisse. desto höher ist die Flexibilität, die Einsatzbereitschaft, der Fleiß, was immer du möchtest. Je mehr du dich mit dem Team, mit der Einrichtung, mit der Firma identifizierst, desto mehr wirst du dich engagieren. Und deswegen hast du diese Menschen, die sagen, ja, ich will, dass hier vernünftig kommuniziert wird und ich will, dass diese Person sich weiterbildet. So, dann sollte das mit der Teamkommunikation auch losgehen. Übrigens, die Teamkommunikation ist eine Katastrophe. Katastrophas ist der Umkehrpunkt. Das bedeutet, hier ist jetzt Schluss. Wir müssen einen anderen Weg gehen. Hier müssen wir umkehren und einen neuen Weg einschlagen. So, und wenn du das willst, mein sechs Wochen Redner-Coaching ist genau so eine Möglichkeit, diese Personen oder dich nach vorne zu bringen. Und wenn du sagst, aber der Kanal ist schon klasse, ja, dann abonniere doch einfach und folge mir. Du weißt, du kriegst dir drei Videos die Woche. Wir geben hier richtig Gas damit, wir noch besser miteinander reden, dass Rhetorik und Kommunikation absolut gut sind und einfach Gespräche besser laufen. Und wenn du sagst, jo, so ist es, dann gerne teilen, liken, abonnieren, du kennst es. Und dann wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag. Hab eine gute Zeit und bis dann.